YAKINTO Oh, ich lasse diese Map. Also im Standard-Versus hasse ich diese Map echt. Ah man, aber wir haben die Valera dabei. Heeeey! Heeeey! Ihr Asis, ey! Ey! So geht das aber nicht mehr, ey! Ihr 3 King! Ihr Voll Asis, ey! Wir müssen noch töten und nicht A sagen, ey! So geht's ja nicht hier. Was soll denn die Scheiße? Uaah! Uaah, du ekelhafte Arme! Boah, war der Asuntan! Tötet! Uaah, ich hab abgedrückt! Warum klappt das immer bei anderen, dass sie da so laufen und dann den Schuss fressen und bei mir nicht? Das finde ich doch ein bisschen unfair. Wir sind einfach alle ein bisschen asozialer als du. Vielleicht musst du noch mehr asozial werden. Ha, ha, zupełnie... purposes am catch... Vielleicht muss ich auch einfach aus dem Mat schmeißen, ne, wie sieht's damit aus... Also... Irgendwie sind wir schon ein bisschen bescheuert, ne? Kann das sein? Ich nicht. Ich bin normal. Du bist am bescheuertstenstensten. Hohohoho. Beeto. 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 Ah fuck, wie kann er mich da so erwischen? Du hast für eine Drecksau. AHHHHH! Ich bin grad wieder hochgekommen! Danke für die Rache. Bitte, bitte. Ich bin grad wieder hochgekommen. Nee, das war der Schnäx. Der Schnäx hat die Arbeit gemacht. Ach, nicht du, Marco. Du hast gar nichts gemacht. Du bist rumgestanden mit so nem Fleischschild. Ja, aber soll das Marco einspüßen, oder was? Du musst auch sagen. Entschuldigung. Alle haben gearbeitet, nur der Marco nicht. Der hatte Urlaub, der hat sie freigenommen. Die kleine Drecksau, der Marco, der hat nen Vogel. Ja, der Schnäx hat gewonnen. Aua, aua, aua. Nix gewinnt meistens. Außer wenn er erschossen wird. Dann nicht. Ja, warum dann nicht? Was soll das? Weil er dann ist erschossen, weil viele Kugeln den Körper gleich dort. Ja, ja, das sagst du jetzt so. Das ist echt ne typische Ausrede. Ausrede, Ausrede, alles Faule, Ausrede. Also, wenn ihr auch mal mitspielen wolltet und ein paar Kills machen und so, dann könnt ihr euch gerne mehr anschließen, ne? Nur mal so zu impfen. Ach, 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 ach. Ich hab gut gemacht, ja. Das ist mehr wie es. Das ist mehr wie es. Ruhe. Also ehrlich. Ich darf doch zersägt, darf doch nicht mehr schießen. Oh, boah, wie cool. Oh, nice. Das war genau. Super. Ich bin voll erschrocken. Fucking hell. Oh, er hat den Dom getroffen, sehr gut, nicht mich. Entschuldigung, aber das war jetzt echt gut. Au, au, da kommt einer von oben. Au. Ah. Ekelhaft. Hm, ekelhaft. Ja, der ist halt ekelhaft. Guck mal, wie der aussieht, ey. Der hat sein ganzes Leben unter der Erde gewohnt, ey. Der hat keine Sonne abgekriegt. Der sieht ekelhaft aus. Ja. Da muss er sich nur ein bisschen Sonnen gehen. Vielleicht ist er ja nicht mehr ganz so hässlich. Der fehlt keinen Job im Tangle, Mann, ey. Nee. Wie kommt's auf Tangle? Achità, ist das bei dem Aldi. Achita. Er kriegt keinen Job im Tangle, Mann. Oh, istleen. Ja, im Aldi kriegt er nen Job, aber nicht im Tangle, Mann. So wie ihr euch aussieht, sehr hässlich. Die Bots, die bewegen sich schon wieder so lustig. Wah-aa-inin. Boah. Mensch Nix, was machst du denn... Da habe ich einfach über die Mauer gesprungen und hat mir in den Rücken gePop. Ja, ja, ja! Immer diese Ausrede! Ja, so war das! So war das, ey! Ekelhaft! Ekelhaft war das! Ekelhaft war das, ja, ja! Ah! Nein! Oho! Wo hat er eigentlich recht? Aber das sind so viele! Ah, scheiße! Wenn ihr auch mal irgendwie jetzt eure Arbeit machen wollt, dann dürft ihr gerne auch mal den Ring besetzen. Halt mal auf zu sterben, was soll das? Ja. Ja, der Erding, der ist halt... ist ja dankbar und... Au! What the fuck? Okay. Dann so. Da kommt noch einer. Boah, fuck! What? Boah, der hat... Boah! Oh! Wir waren eigentlich grad in den Gnascher-Duell hier verwickelt. Ja, Wahnsinn! Der Bot war ja vielleicht jetzt aggressiv. Boah! Oh, ich kann... ah, okay. Ah, scheiße, 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 die sind schon wieder da! Ah, von links, von der Treppe! Weg, weg, weg! Ist schon gut. Grenn so. Hahaha. 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 Da muss man die doch gleich auslachen. Hahaha, ihr könnt gar nichts! Fuck! Genau. Oder so. Hahaha. Genau. Haha. Haha. Ah, ah, ah! Und wieder zwei! Nice! Ladida! Ah, 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 ah! Ich hab die gerade hatte zersetzt! Hier, hier! Ah, diesmal hätte ihm sein Retro Lancer nicht geholfen. Und was löst die Valeria ihren Lancer-Dingens aus, in der Säche? Oh, da ist einer, der geht zum Hammer! So, was geht ja wohl nicht. Oh, fuck! Danke, Valera! Der Boss! Okay, danke! Danke, 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 danke! Ah, ich geh errettet! Ah, ich geh errettet! Ah, da kommt's auf! Da kommen die! Oh! Aber er hat sich selber mitgespringt! Idiot! Der ist ja doof! Ja! Es ist echt immer lustig, wenn die das Ding abschießen und dann selber reinlaufen! Ah! 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 will es gewesen sein. Tom oder Valera? Ich glaube Valera. Einfach auf die Frau schieben. Ja, ganz genau. Natürlich, wie immer halt. Deswegen habe ich gesagt. Ja, natürlich. Freilich. Männerhumor. Genau. Männerhumor. Rieee. Komme hinge! Und der Schneek 70. Ah, Schitt. Oh, Valera! Dankeschön! Ja gut, John! Mach dir ein Füßchen! Apo-po-po! sorry was schlägt der mich?! beim Kontakt Boah, shit. Nein, schon wieder. Genau wie vorhin. Hochgekommen, zersägt. Boah. Dabei bin ich diesmal sogar ausgewichen. Boah. Gut gemacht, Marco. Super Reaktion. Ja, Marco. Ja, der Marco. Endlich mal hier, ne? Ungeschmeiselt gearbeitet und so. Da unten kommt noch einer. Nice. Mal verplant, Marco. Geil zu klein. Jawohl. Nein. Das wagt schon wieder. Ich hab ihn zweimal angeschossen. Ehh. Danke. Boah, shit. Boah, shit. Boah. Boah. Ah, das gibt's noch nicht. Ah, die mit einem scheiß Wehtor. Ich hab's dann gehalten, wie ich konnte, Kinders. Das tut mir leid. Wer ist denn jetzt mal? Nee. Nur zur Info. Du hast gefragt. Ja. Ja. Praktisch, ob ich. Hm. Wo ist der jetzt mal? Nein. Die Antwort lautet... Warum nicht? Nein. Einfach so nicht. Ich... Ich gehe zu... N-E-X-T... N-E-X. Ha 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 ha. Das ist gut. Boah, bist du ein Angeber. Boah. Voll der Angeber-Polete. Ja. Verrecht. Warte, ich gehe mal aus dem Luft. Nice. Super gemacht. Eine Kugel ist noch drin. Schnappt sie euch. Erstmal muss ich den... Entschuldigung. Nö, ist okay. Okay. Ja genau. Ba 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 ba. Ah scheiße, tut mir leid. Dann so. Ah! Stresssituation! Stresssituation. Okay. Natürlich geht das auch soooo. Das geht auch soooo. Aber natürlich. Boah, wie viele Kugeln haben die immer in ihrem Retro? Retro? Ja, in ihrem Retro. Dankeschön. Das gibt's doch nicht. Ich hab dich... nein... ah. Dankeschön. Danke schön. Ah, weil der kam gerade auf mich zu und wollte mich wahrscheinlich toten. Ja, deswegen... ich habe mich dazwischen geschmissen. Bist du sicher, dass der dir was tun wollte? Ja, der sah so hässlich aus und dachte sich, hey, du bist hübscher als ich. So, dass irgendwie stirbst du jetzt. Right oder? Ahhhh! Ahhhh! I hate fucking... Fucking hate it! Hate, fucking, fucking hate it! Hate, fucking, fucking, hated! Passt du Retro! Ohhhhもの... BAH! BAH! Sorry! Hässlich, ey! Genau! Geh lieber mal weg! Entschuldige Marco, ich wollte dir nicht dazwischen gehen! Nee, nee, das war nicht wegen dir! Der ist so schnell weg! Wie läuft denn der? Ist das zu schnell weg, oder warst du einfach zu langsam? Der hat die Boom-Shotten! Der hat die Boom-Shotten! Tötet ihn! Gegenseitiger Kill! Revide me! Dom und Valera sind einfach zu dumm! Ja! So kämpfen die denn? Gar nicht, oder? Valera könnte ein bisschen die Rumball tocken! Oh, der Ander hat den Bogen! Vorsicht! Boah! Du hässlicher! Buh! 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 Du hässlicher! Hässlicher! Hihihi! Hihihi! War aber ein gutes Match! Super gemacht, Jungs! Sehr gut, sehr gut! Danke schön! Ich bin gerade wieder hochgekommen! Ah! 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 Schon wieder, genau wie vorhin! Hochgekommen, zersägt! Boah! War lament. Böw! Vielen, vielen Augen tak, Bis zum nächsten Mal.